Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren sie nach Roswell, treffen sich mit Superspash in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalsstabs. Dann jagen sie den ganzen Scheiß in die Luft. Ja, der unscheinbare Feuerlöscher. Ich hoffe, Sie fühlen sich diesem Land und seinen wunderbaren Einwohnern zugehörig. Ja, natürlich, Sir. Auf jeden Fall. Ein kleiner Ratschlag von mir. Sie erleben einen neuen Aufbruch Amerikas. Sie haben eine Wahl in dieser neuen Welt. Denn die Zeit wird kommen, in der sich, wie sagt man, die Spreu vom Weizen trennt. Waren Sie beim Geschichtsunterricht? Äh, natürlich, Sir. Gut, sieh da. Wann wurden die Friedenstruppen nach Amerika entsandt? Ja, natürlich. Also, ähm... Ja? Ähm, 19? Ja, raus damit. 1948? Mein Gott! War das richtig? Nein, falsch. 1949. Das war eine Operation zum Wohle ihres Landes. Wann betrat Hans Armstark den Mord? 1953? Nein, das ist falsch. Hm, 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 hm. 1950? Ich habe genug gehört, das reicht mir. Oh, es tut mir leid. Ich muss noch so viel lernen. Schrengen Sie sich mehr an. Das werde ich, Sir. Tut mir leid. Es gibt einen Clipping-Fair mit den Roben leider, aber die... Trotzdem ist es schon... ...witzig. Von was man die schöne neue Welt auch mal sehen kann. Ja. 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 Ah, jetzt ist er aber bei ihm jedenfalls weg, aber bei ihm hängt die immer noch so halb rüber. The Star Spangled Daily, Roswell Kinoprogramm. Zeit für den Wandel. Ein herzerreißender Film über einen gewöhnlichen Verkäufer in einem gemischtwaren Land, der dafür kämpft, seine Landsleute von den Überlebensnotwendigkeit des Wandels zu überzeugen. Die Rettung des Westens, die wahre Geschichte der Eroberung des Westens. So wurde er den mordlustigen Indianern aus ihren blutbefleckten Händen gerissen. Joe und der Roboterhund. Während des Befreiungskrieges stellen sich ein amerikanischer Patriot und sein Roboterhund seinen kommunistischen Chef entgegen, der eine Belegschaft verschiedener Herkunft zusammenstellen will. Oh mein Gott. Amerika, die neue Ordnung. Hate Lines, epische Geschichte über den von unserem geliebten Kanzler angeführten Befreiungskrieg, der das Ende der Tyrannei und die Einführung der neuen amerikanischen Ordnung zufolge hat. Demnächst Liebe in Zeiten des Terrors. Ein kraftstrotzender gemahnscher Soldat und eine wunderschöne amerikanische Reporterin verlieben sich, stecken aber nach dem terroristischen Bombenangriff eines Abweichlers in der U-Bahn fest. Nun droht ihnen der Tod und ihnen bleiben nur noch wenige Stunden, um zu entkommen. Die Besucher sind angehalten, ihren Müll selbst zu entsorgen. Zu Wiederhandlungen werden den Behörden gemeldet. Endlich keine klebenden Fußböden mehr. Germanische Medien die ehrlichsten in der Geschichte. Anteil der Lügenpropaganda von den amerikanischen Zeitungen sind auf 0% gefallen. Fake News Probleme Das Zeug kann man doch nicht trinken. Das war eine Plöre. Ach, scheiß drauf. Höh, kam jetzt was raus? Moment. Die waren so sch... Boah! Jim Carrey Show. Ne, Carver Show. Wunderbar, wunderbar. Blitzmensch. Neue Mission... Äh, neue Episode. Bald. Diesel Movie. Coming soon. Sie und der Roboterhund. Ich war gestern mit Mary Jane im Kino. Mann, der Film war richtig dufte. Der Kanzler hat Hollywood wirklich von dem ganzen verdorbenen Mist befreit, der früher immer lief. Haha, jetzt ist alles viel besser. Und der Film ist der absolute Buller. Mach dich auf was gefasst. Was brauchen die so lange, warum machen die nicht auf? Hey, schauen wir uns doch am Samstag an. Wie wär's? Du bringst Mary Jane mit und ich komm mit Mandy. Äh, vielleicht nächstes Wochenende. Dieses Wochenende hab ich Geschichtsunterricht. 1951, nicht vergessen. Papa Joe's All-American Diner. Genau mein Ding. Ja, da gehen wir auch sofort hin. Schaut euch an, wie ihr eure eigene Zerstörung feiert. Ich kann da nicht so nah gehen. Ja. Befreiungstruppen. Was hast du denn heute gelernt, Peter? Keine Ahnung. Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, Peter. Was denn für Sachen? Dass der Kanzler ein großer Autor und Maler ist. Sehr gut, mein Junge. Bobby meinte, der Kanzler hätte die Mona Lisa gemalt. Und die Atombombe gebaut. Dann hatte mein Kopf in die Toilette gesteckt und gespült. Das ist ja schrecklich. Man sollte diesem Bobby manieren beibringen. Aber seine Mutter wird das bestimmt nicht tun. Du musst mir versprechen, dass du dich von ihm fernhältst. Hörst du, Peter? Jetzt such dir was von der Karte aus. Hätte doch die Geheimpolizei die Hilfskraft nicht abgeholt. Wann kriegen wir endlich wieder hausgemachtes Essen? Mama, kann ich das Chili haben? Natürlich. Juhu! Wenn wir hier überhaupt irgendwann bedient werden. Bing, bing. Immer mit der Ruhe. Oh, einen schönen guten Tag. Bitte, setzen Sie sich. Ich bin sofort bei Ihnen. Was darf es denn sein? Wir schließen leider einen Kürze. Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme... Blaskowitsch, Speschi weiß, dass Sie den Generalstab angreifen. Aber er weiß nicht, dass Sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen Sie ihm sagen. Hallo? Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Aber Mama, wir haben nicht mal... Aber! Bitte schön. Danke. Einen schönen Tag noch. Sie da, eine Erdbeermilch, bitte. Oh, ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Eine Erdbeermilch, kommt sofort. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Und Sie sehen germanisch aus. Arbeiten Sie in Wache 2? Bitte schön, Kommandant. Oh, vielen Dank. Bestimmt. Also, zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Erdbeermilch, lecker. Das schmeckt mir in Amerika am besten. So einfach. Nur Milch und Eiscreme. Um den Rest der Karte werden Sie sich aber noch kümmern müssen. Ich glaube, sie sollte germanischer sein, ja? Ja! Kommen Sie aus der Gegend, John Smith? Ich lese hier, dass Sie in Wache 6 arbeiten. Wo ist die denn überhaupt? Diese Wache ist mir gar nicht bekannt. Kommandant, Sie werden vom Generalstab verlangt. Hat das nicht Zeit? Ich trinke gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Der Generalstab verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung. Bin schon unterwegs. Grundgütiger. Großer Gott. Sie sind das... Blaskowitsch, machen Sie die verdammte Tür zu! Bevor... Nicht, dass ich Ihnen nicht vertraue, Blaskowitsch. Aber Sie könnten ja auch bloß eine Maske von William J. Blaskowitsch tragen, unter der sich Ihr Weltraum-Echsengesicht verbirgt. Also? Wie ist das verdammte Passwort? Sie gab mir keins. War schön. Runter mit der Maske. Zeig mir dein verdammtes Echsen-Gesicht. Super-Spash-Waffa, runter, sonst brech ich Ihnen den Arm und knipse Ihnen das Licht aus. Ich wusste, dass Sie sind, Herr Billy. War nur Spaß, kommen Sie! Hey. Ich... So, ähm... Willkommen in der Bodenkontrolle. Bin noch nicht dazu gekommen, hier ein wenig aufzuräumen. Das tut mir leid, das, äh... Oh. Der Scheiß hier ist echt gut. Das schirmt die Signale ab. Sehr effektiv gegen außerirdische Gedankenkontrolle. Wie geht's, Grace? Gut. Die kleine Abby? Absolut bestens. Mann, ich vermiss sie. Selbst, dass sie mir ins Gesicht pinkelt. Das vielleicht sogar am meisten. Kleine Stinkherrin. Was machen Sie hier überhaupt zu Bespäsch? Das hier? Mein Vater und ich haben hier alle Hinweise auf die Vertuschungen der Regierung gesammelt. Keks? Ähm, nein. Okay. Das ist schon mehr als zehn Jahre her. Am Sommer 7,40. Hab in dem Jahr aufgehört, als Anwalt zu arbeiten. Und bin zur Schwarzen Revolutionsfront gegangen, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass die falsche Mordanklage der FBI-Schweine gegen Grace fallen gelassen wurde. Damals hörte mein Vater den Polizeifunk und brachte mich nach Norden, zur Murphy Ranch, wo wir dieses abgestürzte, fliegende Untertassen-Ding fanden. Kurz danach stürmte das verdammte US-Militär rein und riegelte den gesamten Bereich ab. Irgend so ein Bullshit über einen Wetterballon. Alles nur Lügen. Denn wir waren schneller und hatten eindeutige Beweise. Hier, schauen Sie mal. Das Schätzchen hier habe ich von der Absturzstelle. Glauben Sie, das kommt von einem Wetterballon? Hier haben wir alles aufgezeichnet und überwacht, was das Militär im Schilde führt. Gebaut hat das hier mein Vater. Sie denken also, das war ein Raumschiff. Ich sag ja nicht, es ist eine fliegende Untertasse aus dem All war. Aber es war auf jeden Fall nicht von dieser Welt, wenn Sie mich verstehen. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn Sie der Kausalkette folgen, finden Sie am Ende diese geheime unterirdische Anlage, zehn Kilometer östlich von Roswell, bei Bottomless Lakes, Area 52. Dort hat die Regierung eine fliegende Untertasse abgefangen und die Leichen und die Technologie unterirdisch eingelagert. Alle waren beteiligt. Die FBI-Schweine, die Militärschweine, selbst das Präsidentenschwein höchstpersönlich. Persönlich. Schauen Sie doch. Hä? Area 52, Area 51, hier drüben Area 56. Überall im Südwesten. Nevada, New Mexico. Alles ein gigantischer Komplex, verbunden durch unterirdische Zugtunnel. Ich... Hier sehen Sie die Bilder an. Plasmawaffen, Gedankenkontrolle, Antigravitation. Und nachdem unsere feige Regierung vor den Regimeschweinen kapituliert hatte, schnappten unsere neuen Anführer die Basen und machten eigene Experimente, um ihre Ideologie voranzutreiben. Hier, schauen Sie. Das ganze Ding ist die Area 52 Militäranlage. Hier oben haben die Regimeköpfe den scheiß Generalstab eingerichtet, wie man sehen kann. Hier darunter liegt das Gewölbe voll mit dieser ganzen abgedrehten Technologie. Alien-Scheiß. Das ist alles da unten. Also, ich hab's selbst nicht gesehen, aber es ist da. Naja, was auch immer da ist. Das sind keine Marsiane. Okay, okay, in Ordnung. Niemand weiß genau, mit welcher Art von Technologie wir es zu tun haben, aber höchstwahrscheinlich außerirdisch. Das sind keine Alien. Zett hat gesagt... Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie... Sind Sie jetzt ein Scheiß-Experte für Außerirdische? Nun, ich war verdammt lang Anwalt. Und ich weiß, wie gottverdammte Verschwörungen aussehen. Also, ich will ja nicht sagen, dass es Außerirdische sind, aber es sind verdammt nochmal ohne Zweifel Außerirdische... Also, in diesem Feuerlöscher habe ich eine Atombombe. Okay. Ganz ruhig. Wollt ihr Sie nicht verärgern? Gris meinte, Sie können einen Weg in den Generalstab. Bringen Sie mich rein, dann springe ich mit dieser Bombe die Führungsriege des Regimes in. Tausend Stöcke. Ja! Ja, na klar! Das klingt... so gut. Ich helfe Ihnen. Mein Vater hat diese Tunnel zum unterirdischen Zugsystem gegraben, das all diese Geheimbasen verbindet. Der hier führt bis zur Area 52 Güterzugverladungshalle. Perfekt. Also, packen Sie... ...die Bombe... ...in diesem Rucksack. Sie brauchen Ihre Hände zum Schießen. Okay. Viele Regimesoldaten da unten. Und andere Dinge. Also, ich bleibe per Funk in Kontakt und helfe Ihnen. Hey. Viel Glück, Blaz Gowitsch. Die sind alle so im Eimer, aber es ist einfach so geil. Durch diesen Tunnel kommen Sie direkt zur Güterzugverladungshalle von Area 52. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf einem dieser Züge mitfahren. Entführe den Güterzug. Mh, schöner Eimer. Carolina, hören Sie mich? Ich werde immer schwächer. Ohne Ihre Flügel würde ich fallen. Sieht so aus. Das sind Raketen... ...Antrieb herunter. Oder Raketenzug wohl eher gemeint dann, ne? Na toll. Soviel zu so ein bisschen, äh, Geheimniskrämerei. Geheimniskrämerei. Könnt ja nicht alle mal ein bisschen in Deckung gehen. Ach, ist auch besser, wenn wir nochmal von vorne. Dann erschieße ich den Halt mit Scheidämpfer auf Distanz. Wow, haben die jetzt etwa Raketenbetriebene Züge? Ja. 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 Roboter-Technik, Achtung! So, verbessern wir mal das Lasergewehr. Naja, das wird nicht sehr leise sein, will ich damit jetzt rumballern. Ich habe kein Verständnis für Terroristen. Wie können Sie Gewalt gegen uns gut heißen, nur weil wir andere Ansichten haben? Wir sind bei Gewalttätigkeiten. Denen fehlen moralische Richtschnur. Wir sind doch auch Menschen. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Das stimmt, Herr. Gewalt ist niemals in Ordnung. Niemals! Was für eine Gesellschaft wäre das, wenn ich Ihnen schuldigen würde, der meine Ansicht nicht teilt? Ein Kriegsgebiet, Karl. Das wäre ein Kriegsgebiet. Hm, 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 hm. Davor hast du nicht für den Überliegungsverworten? Ja, du? Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir in einer Schwadron. Hoffen wir. Wir arbeiten doch gut zusammen. Ja. Also echt kahl. Kommandant ist direkt hier drüber. Ha. Soviel dazu. Generell Engels E-Post. Wenn ich das Ding jetzt aktiviere, Gibt es da einen Alarm? Oh, was ist das denn? Okay. Hmm. Zeig mir mal die Mission. Ich muss bestimmt jetzt auf das Raketenschiff, Zug, was auch immer drauf. Ich schreie doch nicht so laut. Klaus lasst mir aber am Leben, der hat schöne Ansichten. Der wäre eine Gesellschaft, wo alle eine andere Meinung haben dürfen. Also ich hoffe, wir können Klaus am Leben lassen. Aber ich glaube, wir müssen da wirklich bei ihm... Vielleicht doch rein in die Ecke. Kämpft ihr gegen mich oder gegen euch selbst? Ich würde sagen, sie kämpfen gegen mich. Was sind irgendwelche Roboter, die hier rumrennen? T-1000. Ja, tut mir leid, da müssen wir doch Klaus töten. Oh mein Gott. Sag mal Gott. Was ist das? Das ist ein hochenergetischer Laser, der kann nicht OP sein. Wenn du nicht gepanzert bist, womit willst du den auffalten? Dafür wurde unsere Haut nicht konzipiert. Moment mal. Willst du mir mit den Pins sagen, da ist noch irgendwas? Also ich werde bestimmt nicht alle separaten Sachen finden. Ich versuche aber so, das eine oder andere zu holen. So. Wie viel aus dem amerikanischen Volk? Vielen Dank, geliebter Kanzler. Verfasst von unserem Leser Mark Johnson. Und um es noch mal zu erwähnen, ich, ähm, ach, man fehlt auch wieder Schallplatten. Weil ich halt gerade erkältet bin und meine Stimme eh schon am sterben ist, ähm, verzichte ich auf das Vorlesen. Es tut mir sehr leid, normalerweise mache ich es immer. Aber es geht einfach aus gesundheitlichen Gründen gerade nicht. Dann mal rein und ab dafür, alter Mann. An welche Stelle muss man denn hier einsteigen? Ah, da. Das Ding Maschi... Das besteht doch nur aus Maschine. Versteigungsgeraden ...